Ich hab eine Überraschung für jeden von euch. Aber fangen wir mal kurz von vorne an. Ich hab ganz normal auf Landania gespielt und hab gemerkt, dass eine wichtige Sache fehlt. Also bin ich auf Discord gegangen und hab den Server-Owner angeschrieben, aka Flo-Tastisch. Also hab ich versucht, professionell rüberzukommen und hab ihm geschrieben, Ey yo, Flo, wie hoch ist die Chance, Maxwell auf den Server zu bringen? Asking for a friend natürlich. Und ich wurde nur ausgelacht. Das hab ich zumindest gedacht, denn eine Stunde später hat er mir das zurückgeschickt. Und jeder von euch kann ihn bekommen, komplett kostenlos. Und das einzige, was ihr tun müsst, ist auf landania.net zu gehen und slash to bet einzugeben. Und schon habt ihr euren komplett eigenen Maxwell. Also, worauf wartet ihr?